Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste. Im Jahr 2015 ging folgender Vorgang durch die Presse. 14 unterschiedliche Tochterunternehmen der damaligen KTG Agrar haben Landwirtschaftsflächen in der Priegnitz im Umfang von über 2000 Hektar an ein weiteres Tochterunternehmen der KTG, einer GmbH, verkauft. Die inzwischen insolvente KTG war ein überregionales, agierendes Landwirtschaftsunternehmen mit großem Flächenbesitz und berüchtigt dafür, die gekauften Flächen ohne Bezug zur Region mit geringstmöglichem Personaleinsatz zu bewirtschaften. Der Verkauf war genehmigungspflichtig nach dem Grundstücksverkehrsgesetz. Die zuständige Behörde im Landkreis Priegnitz hat den Verkauf genehmigt, weil das KTG-Tochterunternehmen ein Landwirtschaftsbetrieb war. Drei Wochen nach diesem Verkauf hat die Münchner Rück 94,9 Prozent der Gesellschaftsanteile des Tochterunternehmens übernommen und ist auf diese Weise Eigentümer von Flächen geworden. Ein direkter Kauf der Flächen durch die Münchner Rück wäre kaum möglich gewesen. Er wäre nach dem Grundstücksverkehrsgesetz wahrscheinlich nicht genehmigt worden, weil der Käufer kein Landwirtschaftsbetrieb ist. Im Ergebnis sind auf diese Weise große Landwirtschaftsflächen in der Priegnitz an einen gebiets- und branchenfremden Investor gegangen, dessen einziges Interesse es ist, aus den Flächen möglichst viel Profit herauszuschlagen, ohne Rücksicht auf die Region und auf die Umwelt. Der Vorgang ist in mehrfacher Hinsicht lehrrecht. Zunächst muss man fragen, warum hat der Landkreis den ersten Verkauf, den von den 14 KTG-Töchtern auf die eine GmbH genehmigt. Nach dem geltenden Recht hätte er durchaus die Möglichkeit gehabt, hier zunächst einmal den Bedarf ortsansässiger Landwirtschaftsbetriebe zu prüfen. Das hätte dahin führen können, dass für alle oder einen Teil der Flächen ein Vorkaufsrecht für ortsansässige Landwirte ausgeübt wird. Es gab aber große Unsicherheit darüber, was hier rechtlich geht und was nicht. Damit haben sich in den letzten Jahren Arbeitsgruppen auf Bundes- und Landesebene befasst. Es gab eine neue Rechtsprechung und auch unser parlamentarischer Beratungsdienst hat sich mehrfach damit beschäftigt. Vielleicht wäre die Entscheidung in der Prignitz anders ausgefallen, wenn es damals schon den Erlass gegeben hätte, den das Ministerium im März 2016 erlassen hat und den wir mit unserem Landtagsbeschluss vom September 2015 in Auftrag gegeben haben. Darin wird für die zuständigen Behörden die Rechtslage ausführlich dargestellt und Hilfestellung gegeben, wie bei der Genehmigung von Landverkäufen ortsansässigen Landwirten geholfen werden kann. Und dann ist der zweite Teil der Verkaufsaktion, die Übernahme der KTG-Tochter durch die Münchner Rück. Das ist kein Grundstücksverkauf und deshalb gelten die Regelungen des Grundstücksverkehrsrechts nicht. Anteile von Unternehmen können ohne Rücksicht auf agrarstrukturelle Fragen verkauft und gekauft werden. Damit kann das geltende Recht für Landwirtschaftsflächen leicht umgangen werden. Und gleichzeitig kann man die Grunderwerbssteuer umgehen, denn die wird laut Grunderwerbssteuergesetz des Bundes erst erhoben, wenn mindestens 95 Prozent der Gesellschaftsanteile verkauft werden. Bei dem Deal zwischen KTG und Münchner Rück war es 94,9 Prozent. Damit dürften die Investoren über eine Million zu Lasten des Landes eingespart haben. Auch das Bundesministerium hat im September 2016 im Zusammenhang mit der Insolvenz der KTG in der Presse auf erhebliche Regulierungslücken im Bodenrecht auf Länderebene hingewiesen. Die Länder hatten aber schon 2015 auf der Agrarministerkonferenz eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe Bodenmarktpolitik eingesetzt und zahlreiche Vorschläge erarbeitet. Dazu gehört Einbeziehung von Anteilskäufen in das Grundstücksverkehrsrecht und das Landpachtverkehrsgesetz, die Schließung von vorhandenen Umgehungstatbeständen sowie Maßnahmen gegen eine ungesunde Anhäufung Land- und forstwirtschaftlicher Flächen im Landpachtverkehrsgesetz. Allerdings wurden bis heute keiner dieser Vorschläge in einem Bundesland umgesetzt. Und warum ist das so? Im November 2017 haben wir im Agrarausschuss eine Anhörung zum Thema Zugang zu Boden, zu Grund und Boden für ortsansässige Landwirte und Regelungsmöglichkeiten für Share-Deals im Agrarbereich durchgeführt. Und alle eingeladenen Anzuhörenden, darunter auch Fachleute aus Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, kam zu der Auffassung, eine Regelung zu Share-Deals ist auf Länderebene nicht möglich, da eine solche Regelung die Bundesgesetzgebung vor allem das komplexe System des Handelsrechts erheblich berührt. Wir wissen, dass der Verkauf von Gesellschaftsanteilen, sogenannte Share-Deals, eine erhebliche Rolle spielt. Eine Studie des Thünen-Instituts ergab, dass inzwischen im Kreis Märkisch-Oderland 40 Prozent und im Kreis Teltow-Fleming knapp 20 Prozent der Flächen in der Hand nicht ortsansässiger, überregional agierender Eigentümer ist. Und das einfach durch den Ankauf von Gesellschaftsanteilen. Wenn wir also nicht wollen, dass Landwirtschaftsflächen der regional gebundenen Bewirtschaftung weiter entgleiten, muss es Regulierungsmöglichkeiten für Share-Deals geben, analog zum Grundstücksverkehrsrecht. Das heißt, es müsste geprüft werden, ob ein Anteilsverkauf nicht dem Leitbild einer regional bestimmten Landwirtschaft zuwiderläuft. Und leider ist das alles nicht so einfach. Wir fordern deshalb in unserem Antrag das Land auf, sich auf Bundesebene für eine Regelung einzusetzen. Meines Erachtens sollte eine solche Prüfung nicht nur die Möglichkeiten im Handelsrecht umfassen, sondern sich auch damit auseinandersetzen, ob nicht die Zuständigkeit für das Grundstücksverkehrsrecht von der Landes- auf die Bundesebene zurückübertragen werden müsste. Dazu wäre eine Grundgesetzänderung erforderlich. Denn diejenigen Länder, die sich bisher an Gesetzentwürfen zu Share-Deals auf Landesebene gewagt haben, wie Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, sind damit gescheitert. Auch Mecklenburg-Vorpommern ist noch nicht weitergekommen. Und es ist auch, glaube ich, nicht sinnvoll, mit zersplitterten Landesrecht international agierenden Konzernen gegenübertreten zu wollen. Es muss eine bundeseinheitliche Regelung her. Die Übertragung der Zuständigkeit von Bund auf die Länder im Rahmen der Funktionalreform 2006 hat sich in dieser Frage nicht bewährt. Und wenn man das erkennt, sollte man es auch rückgängig machen können. Was man recht leicht machen kann, ist die Umgehung der Grunderwerbsteuer durch Share-Deals auszuschalten. Dazu müsste der Bund das Grunderwerbsteuergesetz ändern. Die Finanzministerkonferenz arbeitet daran und da wollen wir auch klare Positionen beziehen. Wir sehen diesen Antrag als einen weiteren Schritt, um der Bodenspekulation Einhalt zu gebieten. Wir sind gegen fremde Investoren, nicht aus fremden Feindlichkeit, sondern es geht um die Art und Weise der Bewirtschaftung. Vor Ort ansässige und langfristig wirtschaftende Bäuerinnen und Bauern, Landwirtinnen und Landwirte nehmen ganz besonders Rücksicht auf die Belange ihrer Nachbarn, auf die Bodenfruchtbarkeit, auf ihre Arbeitskräfte und auf die Umwelt, als dies Bewirtschaftler tun, die nur einige Male im Jahr Dienstleistungsunternehmen auf die Fläche schicken. Und wir wollen natürlich auch, dass Wertschöpfung in der Region verbleibt. Deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserem Antrag. Ich habe noch ein paar Bemerkungen zum Entschließungsantrag der CDU. Eine Diskussion über ein Leitbild für die brandenburgische Landwirtschaft, das finde ich richtig und ich finde es auch notwendig und ich begrüße auch solche Diskussionen. Aus Sachsen-Anhalt kam dieser Tage die Meldung, dass der Leitbildprozess Landwirtschaft 2030 abgeschlossen wurde. Es war wohl kein einfacher Prozess, denn die Landwirtschaftsministerin Prof. Claudia Dahlbert stellte die endgültige Fassung vor und betonte, dass die darin formulierten 38 Ziele die Handschrift des Kompromisses trügen. Nach ihrer Überzeugung kann das Leitbild aber ein sehr guter Anstoß für eine öffentliche Debatte über die Zukunft der Agrarwirtschaft im Land sein. Ich glaube, wir brauchen uns auch nicht vormachen. Eine solche Diskussion wäre in Brandenburg auch kein einfacher Prozess. Die Linke in Brandenburg hat gerade auf ihrem letzten Parteitag einen solchen Leitbildprozess befürwortet. In der Koalition konnten wir uns leider dazu bisher noch nicht verständigen. Allerdings, und das muss man ja auch feststellen, wenn wir im Bodenrecht nur mit bundeseinheitlichen Regelungen weiterkommen, dann stellt sich die Frage, ob wir ein Leitbild zur Agrarpolitik in Deutschland brauchen, in der das brandenburgische Agrarleitbild aufgehen muss. Ich bin der festen Überzeugung, nur wenn alle Bundesländer sich ja einig sind, können wir den international agierenden Investoren, die nicht vor Ländergrenzen Halt machen, begegnen. Und spätestens seit unserem Fachgespräch im Ausschuss wissen wir, dass wir die Share Deals, die ein wesentlicher Regelungsinhalt wären, eben nicht auf Länderebene regeln können. Zu dem Punkt rund Erwerbsteuer, diesen Punkt möchten wir nicht antasten. Herzlichen Dank.